Man hört dann doch leider immer wieder, dass da so viele Leute Freunde finden. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, ja, man hört das, aber nö, so viele Leute finden... Entschuldigung. So viele Leute finden da jetzt nun doch nicht so viele Freundschaften. Also, Bekanntschaften vielleicht, aber... Also, ich hatte... Ich hatte einige nette Leute, mit denen man mal zusammengespielt hat und, ähm... Im Spiel, dass man dann auch gerne mit denen zusammen war. Oh, oh, die Schnohaare kribbeln von ihm, das ist kein gutes Zeichen. Hey, verliere jetzt nicht das Selbstbewusstsein. Wir haben, was wir brauchen, um mit einem Bulldrom fertig zu werden. Mein Schnohaare lügen nicht. Ich sage dir, dieser Ort bringt Ärger. Keine Zeit zu zögern, wir müssen diesen Bulldrom erledigen. Okay. Ähm... Es geht los. Ja, aber... Ich sag mal, ich hab einige nette Leute getroffen, also so in Chats und so, mit denen ich auch gerne gechattet habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe. So ein bisschen wie mit euch. Ja, also... Das ist alles okay. Und, ähm... Ich sag mal, aber ich hab die nie persönlich getroffen. Und das ist ja dann doch immer noch ein Unterschied zwischen, man hat sie mal persönlich getroffen. Und, ähm... Naja, ich hab nur mit ihnen sozusagen gechattet. Da ist immer doch noch ein Unterschied drin, ne? Was die Leute nicht verstehen, ist die Tatsache, dass die Technik auch ungern mitspielt. Das anschließend ist ja kein Problem. Das kriegt jeder hin. Aber das Headset oder Mic anpassen ist wieder eine andere Sache. Ja. 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 Und dann, besonders beim Mikrofon, das richtige Mikrofon finden. Im, ähm... Vergleich zur Stimme und so weiter und so fort. Also deswegen... Das sind dann immer noch noch andere Sachen, ne? Also, ihr habt's ja bei mir mitgekriegt. Ähm... Ich hab ja das ein oder andere Mikrofon im Laufe der Streams verwendet. Ich hab ja sogar hier so einen Procaster oder wie es hieß. Oder... Doch, das war das Procaster von Rode. Das, was prinzipiell fast jeder hatte. Oder hat, ja? Hab ich ja mal auch verwendet. Ehrlich gesagt, ich bin damit nicht zufrieden gewesen. Deswegen bin ich ja auch wieder hier bei meinem Standard-Mikrofon gelandet. Ich find, das ist immer noch das Beste für meine Stimme. Aber, ähm... Da musst du ja auch erst mal durchsteigen. Du musst sozusagen suchen und dann ausprobieren und was weiß ich alles. Und die Zeit und... Die meisten Leute wollen doch einfach nur loslegen und spielen. Jetzt ganz ehrlich. Und nicht jeder hat auch den Platz, sich ein großes, ähm, Mikrofon irgendwo hinzuhängen oder sowas. Also deswegen... Ja. So. Der ist widerstandsfähig, oder? Ich meine, wir quatschen die ganze Zeit, aber der kippt ja nicht um. Meine Schnurhaare hören einfach nicht auf zu kribbeln. Hier wartet etwas nur darauf, sich auf uns zu stürzen. Was ist denn nur mit dir los? Hier gibt es nichts außer uns und diesem Bulldrom. Beenden wir das endlich. Gut. Wenn sie das unbedingt beenden will, dann machen wir das. Mit einem Fokus-Heap, präziser Heap auf einen Feind. Einen Geschwindigkeitsangriff, der nicht elementaren Schaden zuführt. Ich finde übrigens gut, dass die Animationen unterschiedlich sind. Oh, Kraft hier. Oh, oh. Vorsicht. Was? Was zum... Woher ist das Kerlchen dort gekommen? Heilige Gewehrlanze. Das ist ein Anjanath. Ich habe dir gesagt, hier ist noch was. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu brüsten. Wir müssen hier weg. Wir haben Zeit, oder? Genau richtig. Erst gestern hatte ich eine Konversation mit einem Streamer in Sea of Seas. War off-Stream dann, dass ich Discord heute kommen soll, wenn wir zocken. Da er das ja für YouTube aufnehmen will und die Verzögerung im Stream, die ja 1,02 Sekunden beträgt, ja so schlimm wie das. Ach komm, komm. Komm. Wir haben doch auch schon gespielt. Das funktioniert doch. Und selbst wenn es eine Verzögerung gibt und Spielfehler sind, ja dann, was soll's. Was soll's. Man hat doch so ein bisschen auch Zeit, sich abzusprechen. Aber guckt mal, Leute. Wir haben ein Problem. Was machen wir denn nun? Was machen wir denn nun? Also, ich hau mal weiter auf den. Ich sage es nicht gerne, aber ich glaube nicht, dass wir schon bereit sind, so ein starkes Monster zu erledigen. Sieh dir diese Blitzbombe an. Das ist unsere Chance zu fliehen. Der Angriff hat nicht geklappt. Der Angriff hat nicht geklappt. Wir sind besser nach Hause und warnen alle. Das ist ein Plan. Wir gehen. Oh, dieses Stress ist nicht gut für mein Herz. Naviru, warte. Das ist ein Todesend. Hey, wer ist der Navigator hier? Du denkst wirklich, dass ich nicht? Huh? Oddy! Are you seeing this too? A treasure test? Looks like that shady me-lynx was telling the truth after all. Grab the bottle caps and let's get out of here. Ja! Oh, wir brennen. Ähm. Ähm. Wir brennen. Äh. Ähm. Moment, bitte mal. Kann ich mich hier irgendwie... Kann ich mich irgendwie von Feuer heilen? Wisst ihr das? Ähm. Ist nur Feuer. Ähm. Ja. Schön. Wir haben kaum Lebensbalken da unten. Deswegen, ähm. Aber irgendwie... Wir haben einen Grill. Ein Werkzeug zum Grillen von leckerem Rumfleisch. Keine Sorge, wegen der verbrannten Stücke. Das ist nur der Geschmack. Ist ja auch cool. Okay, ähm. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben nur Tränke und Kraut. Ich hoffe, dass das funktioniert, wenn ich mich mal hier so ein bisschen hochheile. Hoffentlich hört das Feuer bald auf. So. Ein guter Fund. Der Melungs im Dorf handelt mit Kronkorken. Statten wir ihm einen Besuch ab. Wenn wir schon den ganzen Weg gekommen sind, können wir uns auch ein Ei schnappen. Los, bevor der Anjena zurückkommt. Ja, der ist einfach... Aber ich muss erst mal in die Küche. Na dann, ähm. Viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass wir nicht sterben, weil wir hier gerade immer noch brennen. Monster Hunter Reis würde ich jetzt durch die Gegend rollen. Ihr kennt das ja. Ist Wasser. Moment. Komm nicht runter. Schönes Spiel. Finde ich auch. Also ich finde das Spiel sehr cool gemacht. Und es ist besonders nicht so actionreich, in Anführungszeichen. Es ist irgendwie eine Mischung aus, ähm, mehreren Spielen. Kampftechnisch. Und auch, ähm, monster-technisch. So ein bisschen an Pokémon, glaube ich, angelehnt. Aber doch weit entfernt. So. Wir haben eine Aufgabe. Und ihr könnt gerne mitmachen. Ich finde, es ist sehr gut. Ja, also wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß. Ich bin damals zeittechnisch nur dazu nicht gekommen. Ja, ich habe sozusagen ein Stück gespielt. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich dann aufgehört habe. Aber, ähm, danach hatte ich keine Zeit mehr. Und es habe ich immer bereut. Ich wollte es immer weiter spielen. So, passt mal auf. Wir können uns ein Ei schnappen. Dieses Ei riecht wirklich nach viel. Und es riecht nicht wirklich nach viel. Entschuldigung. Nicht nach viel. Und es wiegt auch noch nicht wirklich was. Also es ist sehr leicht. Und, ähm, es ist auch das Einzige, was wir mitnehmen können. Sonst hätte ich gefragt, Rino, noch eins. Aber alle Eier sind gerade verschwunden. Die haben die Beine in die Hand genommen und sind abgehauen. So. Gut, dann kehren wir mal zurück. Wenn es Nacht ist, äh, gucken wir noch, ob wir die Pilze finden. Äh, bei Fragen übrigens, ähm, nicht nur an dich ist es gerichtet, äh, Zauberfee, sondern insgesamt, wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder zur Lore, zum Setting und so weiter, einfach fragen. So, kannst du einen, äh, rufen, um jederzeit ins Dorf zurück? Ach so, ja, wir können auch rufen. Das hat er automatisch weggeklickt. Alles ist gut. So, wo sind die Pilze? Pilz, Pilz? Ist das ein Pilz? Nein. Das ist ein Wurfmesser, was angespült wurde. Alles ist gut, alles ist schön. Ich möchte mit euch nicht kämpfen, ich will hier nur die Dings. Danke. Alles ist gut, alles ist schön. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo Pilze sehe. Deswegen reite ich hier einfach mal durch. Aber wusstest du, dass heute neue Inseln kommen bis zum März, dem 4., bei Sea of Thieves? Nein. Bei Sea of Thieves wusste ich nicht, dass da was kommt. Wie machen sie denn das? Bauen sie die in die gleiche Ecke rein? Also bauen sie die in die aktuelle Karte oder erweitern sie die Karte mal gefragt? Giftpilze, das sind die falschen Pilze. So, hier sind theoretisch Monsterbauten, aber ich denke mal, wir kriegen nur die Viecher, die wir schon haben hier in der Ecke. Halt, ich höre was. Was ist das? Dämmerungspilz! Ah, da sind sie ja. Wie viele brauche ich denn? Ähm, Questinfo. Äh, rohes Fleisch. Noch ein, noch ein. Ja, noch ein Dämmerungspilz. Mal gucken. Wusste ich auch erst seit gestern. Ich weiß leider auch sehr wenig. Ich weiß nur, irgendwelche Inseln mit Maya-Tempeln und Story. Ach, sie machen die Story weiter. Also, irgendwelche Story. Schade, dass sie das Crossover mit Sea of Thieves nicht irgendwie nochmal machen oder weitermachen. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Seien wir ehrlich, ähm, wenn man jetzt zu viel davon machen würde, würde man, glaube ich, sich selbst nicht treu bleiben. Shiny? Kelbihorn. Zwei Steine. Danke. Und ist das der letzte Pilz? Nein. Ich suche noch einen Pilz. Entschuldige bitte, wenn das gerade langweilig ist. Aber wir suchen noch einen Pilz, um den Nebenquest abgeben zu können. Und looten. Das ist übrigens, ähm, Monster Hunter-like, ne? Man lootet und lootet und lootet. Und freut sich über das, was man kriegt, damit man vielleicht was kraften kann, ne? Also, deswegen... So ein bisschen... Also, ganz ehrlich, die Open World hier ist, äh, detaillierter als das, was bei Pokémon-Legenden zu sehen ist. Oder meint ihr, meint ihr, meint ihr das nicht auch? Ich habe gerade was gehört. Ich habe doch was gehört, aber leider war es kein Pilz. Hm. Also, es stürmt heute aber immer noch ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Das höre ich selbst durch meine Kopfhörer hier so durch. Uhu. Blaupilz. Ja, ich brauche die in Rot. Da sind sie, da sind sie. Ich sehe sie. Mojike. Okay. Na, perfekt. Wir nehmen Dämmerpilze mit. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Gut. So. Ich gehe zurück, damit die Story weitergeht. Ich wollte es nicht zu lange machen hier, ne? Guck mal übrigens. Es steht da, schnelle Heilung mit L. Finde ich auch cool. So, wir. Oh. Freunde, da oben ist ein besonderer Monsterbau. Wollen wir in den rein? Uh, warte. Ja, warte. Seht ihr das? Da oben ist ein besonderer Monsterbau. Wollen wir in den rein? Weil da können wir vielleicht ein Ei holen. Was? Selten ist. Oder besser ist. Definitiv. Seltener Monsterbau. Gut, dann gehen wir da mal rein. Mal gucken. Mal schauen, was war da finden. Gleich kriegen wir ja ein schickes neues Monster. Ach, schön. Ah. Uh, ist hier wer? Und wenn wer? Und warum? Ist erstmal nur eine Truhe. Ah, Steuerung. Okay. Wen ist übrigens interessiert das Spiel? Es gibt das noch auf dem PC. Also es ist nicht nur für die Nintendo Switch von, sondern auch für den PC. Und wir haben das Vieh hier schon, aber das Monster schnarcht. Wir können sozusagen dann an ihm vorbei. Nein. Na. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Genau. Ich wollte schleichen. Das machen wir gleich. Erstmal gehen wir einmal rum. So. Ähm. Wie immer die Frage, das Monster schläft zwar gerade, aber ihr könnt entscheiden, wie oft wir die Eier durchwühlen, wenn denn mehr als einmal möglich ist. Werden wir sehen. Wirdst gegen das Monster kämpfen, ja? Na gut, ich frag mal. Wenn's geht, sollen wir gegen das Vieh kämpfen? Ich meine, wir haben eine gute Chance. Bringt Ressourcen zum Kraften, denke ich. Ist ein Monster Hunter, ne? Winu sagt ja. Na gut, ich guck mal, ob's geht. Mit A und Co geht's nicht. Angreifen kann ich nicht. Greifen. Nein. Es ist im Programm nicht vorgesehen. Schade. Also, ich kann jede Taste drücken, die ich will. Nix passiert. Gut. Ähm. Es ist nicht vorgesehen. Also, wir suchen mal ein... Oh. Ganz schön miefig. Und es wiegt noch nicht wirklich viel. Ein bisschen leicht. Nehmen... Nehmen wir das? Oder wollen wir nochmal suchen? Es leuchtet. Es ist ein leuchtendes Ei. Ihr entscheidet. Reno sagt, wir nehmen's. Na gut. Nehmen wir. Bup, 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 bup. Ihr wisst, dass wir wieder so ein Tier rauskriegen, wie das, was da gerade geschlafen hat. Ähm, also ich glaube, wir kriegen hier nicht wirklich noch schöne neue Monster. Ähm, wahrscheinlich erst, wenn wir weiter im Spiel vorankommen. Hier sammeln wir sozusagen immer die gleiche Art. Was nicht weiter schlimm ist, wenn ihr mich fragt. Aber... Ich glaube, wir kommen auch bald aus der Karte hier langsam raus. Aus dem ganz einfachen Grunde, ähm, die wollten doch die Barrikaden entfernen. Da war doch was. So, ich reite mal zurück. So schnell wie es geht. Genau. Nicht greedy sein ist eine gute Variante für so ein schönes Spiel wie dieses hier. So, einmal bitte zurück. Mir fällt übrigens gerade auf, die haben gar kein, äh, Sicherungstor. Du reitest wirklich direkt in die Stadt hinein. Ja, jedes Monster kann einfach hier reinrennen. Oh ja, gut, wenn das so ist. Ich verurteile das nicht. Die Monster wissen schon, dass sie hier nicht rein sollen, ne? So, wir leveln ein bisschen und kriegen noch ein bisschen Geld. Wer ist da füllt? Ach, schön. Guck mal, 10.000 Zenny da oben. Das lässt mein Herz doch erfreuen. So, Steinesammler, Dings. Ähm. Ja, mehr können wir nicht abgeben. Ich brüte mal aus. Ihr seid gefragt. Ich vermute, wir kriegen jetzt wieder die gleichen Tiere, die wir schon kennen. Aber trotzdem, ihr seid gefragt. Was wollen wir für Namen vergeben? Wir hätten hier einen ganz niedlichen kleinen Bulldrom. Bulli. So. Der muss ins Team. Der muss definitiv ins Team. Süß. Ja, besonders mit seinem Sattel. Süß. Also. Was wollt ihr für einen Namen für ihn haben? Sonst wird's wirklich Bulli. The Devil. Naja. Ich muss mir hier kurz noch was eingießen. Ähm. Ich brauche ein bisschen härteren Namen. Naja, nicht wirklich. Geht schon. Wir müssen da auch ein bisschen, wir müssen knuddelig bleiben. Guck mal, der ist doch lieb, der ist niedlich. Und deswegen machen wir. Devi draus. Ich lasse das L einfach weg. Das ist Devi. Er wusste es halt nicht anders. Eigentlich wollte er Devil heißen, aber hey. Devi. Ein bisschen wie Nevi. Oder Navi. Das passt schon. Komm. Wir machen das so. Und dann haben wir noch. Das nächste Küken. Wir können ja die Tiere alle umbenennen. Das wisst ihr ja. Devi ist gut. Ja. Huch. Nochmal ein. Eins der Eier war jetzt aber im falschen Nest, oder? Nur so gefragt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann kriegen wir doch noch den Bulli einmal raus. Komm, wir machen einen Bulli. Der kommt nicht ins Team. Der war irgendwie. Das ist ja, was ist denn da passiert? Also pass mal auf. Wo ist denn hier mein Dings hier? Ähm. Der da. So. Ähm. Ich schmeiße. Jetzt gucken wir mal kurz nach. 88. 87. Schnabel ist nicht ganz so besser als gedacht, aber egal. Ähm. Dann schmeißen wir Kuckuck raus. Genau. Und er kommt ein bisschen nach oben. Machen wir es mal so, ne? Dann haben wir nämlich auch ein rotes Tierchen. Ähm. Wobei, ehrlich gesagt, komm. Der wird unser Haupt-3-Tier. Erstmal. Okay. So, ich berichte jetzt mal dem komischen, zwielichtigen Kater da hinten. Hier unterhält man sich schon mal über einen Anjanat. Der einfach so, ähm. Anjanat, wenn ihr Monster Hunter World gespielt habt, dann wisst ihr, die Dinger laufen gerne vor den Siedlungen der Menschen rum. Da ist es auch gleich ein Anjanat ganz am Anfang, der einen angreift und gegen den man auch keine Chance hat. Das scheint sehr beliebt zu sein bei den Monster Hunter Entwicklern. Okay. So, hier Kätzchen. Oh, ja. Das sind authentisch Kronkorken. Vielen Dank. Kauf ruhig, was dir gefällt. Die Mölünx GmbH ist ein exklusiver Laden, bei dem du Kronkorken gegen seltene Objekte eintauschen kannst. Kronkorken können einst bauen gefunden werden oder als Belohnung für Nebenquests erhalten werden. Genau, Anjanat sieht ja auch gut aus. Wir kennen ihn aus der Randale. Man kann ihn aber auch als normales Monster bekämpfen. Der Anjanat, den gibt es auch als ganz normalen Gegner. Ich musste den mal ganz viel farmen, weil ich dessen Rüstung haben wollte. Es hat gedauert, bis ich den zusammen hatte. Ich reiche die Kronkorken an meinen Gildenmeister weiter. Das ist unser täglich Brot bei der Mölnix GmbH. Natürlich behalte ich ein paar für mich. Wenn du noch mehr in die Tatzen kriegst, bring sie mich bitte zur GmbH für noch mehr besondere Belohnungen. Es gibt mindestens einen Einsbau in jedem Feld. Denk nur an all die Kronkorken, die nur auf die neugierigen Katzen warten. Ja, 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 ja. Oh, ich kann es kaum erwarten, sie einzeln sammeln und die Belohnung zu erhalten. Du kannst auf uns zählen, Buddy. Das Buddy haben sie ja auch aus dem... aus Reis mehr oder minder übernommen. Also gut, zurück zu Kenia. Wir müssen den Ritern erzählen, was wir erfahren haben. Ähm, machen wir mal. Und danach geht's ans Craften, meine lieben Freunde. Wir müssen mal wieder die Ausrüstung überarbeiten, nicht wahr? Aber der ist auch in Reis schon echt heftig. Ja, aber in World ist er noch heftiger, glaube ich. In World ist er noch ein Stückchen schärfer, der Anjan hat. Aber er ist ein cooles Monster. Der ist so ein bisschen T-Rex-artig ja angehaucht, aber spuckt Feuer und so weiter. Also ich mag den. Und so kommen Sieer. Äh, aber ... bandits. ас